Obwohl wir alles schon wissen und wir alles schon im Kopf abgeschlossen haben, haben wir es immer noch nicht geschafft, es aufs Tapet zu bringen. Es wehrt sich noch heftig. Es ist auch nicht so einfach, diese Komplexität in eine einfache, darstellbare Form zu komprimieren. Morgen ist auch wieder ein Tag.